Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen für den Januar 2019. Ja, wir haben tatsächlich den ersten Monat des neuen Jahres schon fast geschafft. Und ja, ich sage jetzt gar nicht, dass die Zeit irgendwie schnell vergangen ist. Ich fand das einen ganz angenehmen Monat. Ich bin froh, dass dieser Wintermonat dann im Grunde auch schon abgehakt ist. Es folgen ja dann theoretisch, wenn es gut läuft, nur noch so eineinhalb bis zwei Monate, bis dann endlich wieder die Welt erwacht und der Frühling da ist. Und ja, buchtechnisch, Neuzugänge technisch, ja, war der Januar natürlich ein bisschen, ja, da ich ja Geburtstag hatte im Januar und auch schon zu Weihnachten doch einiges auch an Thalia-Gutschein bekommen habe und natürlich auch Bücher zum Geburtstag erhalten habe. Aber es sind insgesamt dann im Grunde nur 16 Bücher geworden. Was von der Anzahl tatsächlich ganz gut ist, denn ich habe das in etwa auch gelesen, was ich eigentlich dann wieder, ja, richtig schön und auch gut finde, dass sich im Grunde der Sub nicht irgendwie aufbaut oder ja, weiter irgendwie aufbaut. Und das ist ja so mein Ziel, im Grunde so viel kaufen, bekommen, wie ich auch lese, plus minus. Aber das sind sieben echte Bücher, sechs E-Books und drei Hörbücher, die E-Books natürlich beim Gutschein einlösen oder Ähnlichem versuche ich dann natürlich auch plattsparend sozusagen mir dann auch einfach die E-Books zu holen. Aber ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Buch des Jahres sozusagen. Das war der dritte Teil von Die Frauen vom Löwenhof von Corinna Bohmann, Sollwegs versprechen. Das ist schon Ende Dezember bei Audible erschienen und habe ich mir dann wirklich gleich am 1. oder 2. Januar auch geholt. Leider hat mir der dritte Teil nicht mehr ganz so gut gefallen wie die beiden anderen. Die Geschichte, die ursprüngliche vom ersten Teil fängt ja um 1900 in Schweden an und wir haben hier eben einen Pferdehof, einen sehr erfolgreichen Bekannten im schwedischen Königreich und wir erleben jetzt eben die dritte Generation. Und ja, bei Solvik ist aber so ein bisschen das Problem, dass sie ein sehr schwieriger Charakter ist. Man schon auch so ein bisschen sehr viel Drama im dritten Teil hatte und auch insgesamt fand ich die 1960er Jahre nicht richtig spannend erzählt und mir hat auch das Schweden-Gefühl so ein bisschen gefehlt. Der erste Teil ist wirklich ein absolutes Top-Buch gewesen im letzten Jahr. Der zweite Teil war schon ein bisschen vorhersehbarer und im dritten hat man eigentlich wirklich nach einer Stunde gewusst, wo es hinläuft, was passiert und selbst die Wege dahin, das war irgendwie nicht mehr richtig schön. Sehr schade, dennoch habe ich es gehört, weil einfach so die sprachliche Erzählung von Corinna Bohmann sehr schön ist und ja, ich kann jedem auf jeden Fall den ersten Teil empfehlen und dann einfach mal weiterhören. Ich finde auch für mich das Hörbuch sehr, sehr gelungen. Dann das erste E-Book ist dann Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende von Miriam Oldenhave. Das ist ein Buch, ein Rezensionsexemplar, das mir einfach durch den Titel so aufgefallen ist, denn ich mag dieses Zitat, was ja, soweit ich mich erinnere, aus das letzte Einhorn ist oder ist es Oscar Wilde? Ich bringe das immer ein bisschen durcheinander, weil es gibt beim letzten Einhorn ein ähnliches Zitat und wenn es eben nicht das gut ist, dann ist es eben auch nicht das Ende. Das ist ja sehr, sehr bekannt. In dem Buch geht es um eine Frau, die, glaube ich, geschieden wird von ihrem Mann auf seinem Wunsch und ja, eigentlich möchte sie nur eine neue Wohnung, bekommt aber ein Traumhaus und das auch noch gratis. Es gibt nur einen Haken. Sie muss die Besitzerin, die im Koma, glaube ich, liegt, pflegen und ja, muss ihr im Grunde das Leben so schön wie möglich machen. Zudem gibt es auch einen Haufen Außenseiter, um die sich, ja, gekümmert werden soll. Das klingt nach so einer Lebensgeschichte mit Turbulenzen, die es eben im echten Leben auch einfach geben kann und geben wird und einfach so eine Mischung aus skurrilen Charakteren, wenn man hier so diese skurrile Truppe sieht und auch eine Frau, die im Koma liegt und was das so für drumherum auch bedeutet. Und diese Geschichte hat mich einfach angesprochen. Es ist jetzt nicht eine klassische Geschichte, zu der ich wahrscheinlich greifen würde, aber es hat mich irgendwie, ja, vom Klappentext, vom Titel, vom Cover, es hatte irgendwas, was mich angezogen hat und ich freue mich sehr, es zu lesen. Ich habe es leider im Januar nicht mehr geschafft, aber habe es mir jetzt wirklich für die nächsten drei, vier Wochen vorgenommen, damit das Buch dann auch schnell vom Sub wieder verschwindet. Dann das erste echte Haptischbuch in diesem Jahr war dann Night Flyers von George R. R. Martin. Darauf bin ich aufmerksam geworden, weil es ja demnächst die Serie gibt. Ich glaube ab 1. Februar oder 14. Februar auf Netflix und wir haben hier eben ja einen Science-Fiction-Roman von George R. R. Martin. Ich muss allerdings sagen, bei diesem Neuzugang hätte ich gewusst, dass das Buch in den Traumliedern 2 enthalten ist, dann hätte ich mir dieses besorgt. Bei Traumliedern 1 habe ich sogar im Regal stehen. Da hätte ich mir tatsächlich auch Traumliedern 2 geholt, weil das, glaube ich, 15 Euro neu kostet und Night Flyers 10 Euro. Und es ist im Grunde wirklich nur eine sehr kurze Geschichte, aber gut, wir ärgern uns nicht, na, gar keine Frage. Aber das ist so ein bisschen verwirrend, vor allem, weil es eben auch nicht irgendwo hervorgeht, dass die Geschichte bereits Teil einer Anthologie einfach ist. Ich finde, diesen Hinweis müsste es geben. Und ja, wir sind hier im Grunde im Weltall unterwegs. Wir haben eine Forschergruppe, die an Bord eines Raumschiffes, der Night Flyers, geht. Und hier treffen wir einen sehr skurrilen Bordcapt'n, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Und die Truppe ist eben mal auf dem Weg, um eine besondere Rasse, Alienrasse, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Aliens bezeichnen, das klingt so merkwürdig, aber ja, im fernen All, am Ende des Alls, diese zu untersuchen und sich die Geschichte von diesen anzuhören. Und ja, wir begleiten diese Truppe, wo nach und nach eben auch Crewmitglieder verschwinden und getötet werden. Eine Geschichte, die trotz seiner Kürze sehr ausführlich war, sehr interessant erzählt war, sehr viel Spannungen hatte. Und ich finde, dass George R. Martin wirklich Science Fiction unglaublich gut schreiben kann. Also nicht nur das Lied von Eis und Feuer, was ja eher High Fantasy ist, sondern er hat eben auch ein Händchen für Science Fiction. Das finde ich immer wieder, das ist ja auch, glaube ich, sein Steckenpferd. Dieses kurze Buch kann ich wirklich empfehlen, hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich sehr auf die Serie, werde auf jeden Fall mal reinsehen. Ich habe jetzt schon zwei, drei Töne dazu gehört, dass die wohl nicht ganz so gelungen sein soll. Aber ich bin einfach neugierig und ja, ich habe ja eh Netflix, da kann man dann auch einfach mal reinschauen. Und dann ist der erste Teil von Die Frauen von Troja bei mir eingezogen, Tochter des Sturms von Emily Hauser. Ein absolutes Highlight in diesem Monat, denn es ist hier die trojanische Geschichte, die wir eben von Homer aus der Ilya kennen. Und auch daran hält sich die Autorin und ja, erzählt die Geschichte als Grundlage auf der Ilya sozusagen. Und wir erleben aber die Geschichte aus der Perspektive zweier Frauen, die eine sehr wichtige Rolle im trojanischen Krieg spielen. Was wir auch von Homer so kennen. Und ja, diese beiden sind eben wirklich so die Schlüsselfiguren der Geschichte, dass vieles so passiert ist, was eben auch geschah. Und ich mochte einfach wieder dieses Troja-Feeling. Ich habe früher tatsächlich mehr dazu, gerade an Dokumentationen gesehen. Ich habe auch die Ilya gelesen. Ich habe überhaupt Homer sehr zu schätzen gewusst in seiner Sprache, wie er Geschichten erzählt. Und Emily Hauser schafft es eben hier einfach in sehr locker, flüssiger Form, so diese etwas vielleicht trockenere Geschichte zu erzählen. Und uns diesen trojanischen Krieg zusammen auch mit den Göttern und den wichtigen Charakteren wie Achill, Paris, Helena, Hector, Kassandra einfach zu erzählen. Ein wirklich absolutes historisches Highlight. Was ich wirklich großartig fand, kann ich absolut empfehlen. Ich werde die Reihe aber dennoch nicht weiterlesen. Der zweite Teil ist ja auch bereits im Januar erschienen, weil es da einfach nicht mehr um Troja geht. Was ich ein bisschen verwirrend finde und das habe ich auch in meiner Bücherwoche erzählt, was ich auch super schade fand. Nichtsdestotrotz, der erste Teil wirklich ein Knaller. Hat mir sehr gut gefallen. Dann ist das nächste Highlight des Monats bei mir eingezogen und zwar Blake von Jack Heat. Ein ganz anderer Titel. Ein Thriller, der eine Mischung sein soll aus Dexter und Sherlock. Und ich habe von Dexter vielleicht drei oder vier Folgen gesehen. Das hat mich irgendwie nicht so fesseln können, aber ich bin ein sehr, sehr großer Sherlock-Fan. Und ja, mich hat hier einfach beim Thriller angesprochen, dass wir eben hier so einen Gehilfen des FBIs haben. Einen Profiler, der eben in einen Raum geht und die Situationen unglaublich gut einschätzen kann. Der aber irgendwie eine kleine Schwäche hat, die doch manchen Menschen sehr anbiedern könnte. Ja, und auch mich. Und das Erschreckende dann an diesem Thriller ist nicht nur, was an Morden passiert, was wir an Fällen lösen, die wirklich sehr spannend sind, die auch von seinem Profiling her sehr cool gemacht sind, wie er an die Lösungen, sozusagen dieser Rätsel kommt. Das erinnert tatsächlich an Sherlock. Es ist nicht ganz die Genialität von Sherlock, das muss man ganz klar sagen. Dafür hat er eben auch einfach noch zwei, drei andere Dinge, die ihn ausmachen. Und es ist an mancher Stelle schon sehr blutig. Und es war mir auch an mancher Stelle fast zu detailreich erzählt. Aber es war noch aushaltbar. Also es war auch ein absolutes Thriller-Highlight. Hat mir unglaublich gut gefallen und hätte ich irgendwie auch gar nicht so gedacht. Aber ich habe das auch in zwei Atemzügen sozusagen eingehaucht und weggesuchtet. Kann ich auch absolut empfehlen. Man muss sich einfach nur klar sein, dass es schon ein bisschen spezieller ist und eben auch ein bisschen blutiger ist. Man muss das einfach mögen. Dann habe ich zum Geburtstag von zwei lieben Freundinnen zweimal das gleiche Buch geschenkt bekommen. Und zwar die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll. Das ist jetzt die englische Ausgabe, die ich auch schon gelesen habe. Die deutsche Ausgabe habe ich gerade an eine andere Freundin verliehen. Ja, so ist das halt mit Büchern. Aber ich fand es wirklich auch toll. Ich beschäftige mich jetzt fast zwei Jahre mit der Bullet Journal Methode. Führe ja im Grunde auch eins so in meiner Art und Weise. Ich habe euch dazu ja auch ein Planner-Video hochgeladen. Und ja, ich nutze es definitiv anders, als es Ryder Carroll sich im Grunde ausgedacht hat. In diesem Buch erfahren wir aber seine Geschichte. Im Grunde ist das auch so ein bisschen biografisch. Wieso hat er das erfunden? Was waren seine Gedanken? Was hat ihm geholfen? Welche Tracker gibt es, die er eben gut findet? Was kann man, nein, wie kann man diese nutzen? Und was macht man im Grunde, damit man alles das Beste, alles Mögliche aus diesem Buch auch herausholt? Fand ich super spannend. Fand ich wirklich auch mega rübergebracht. Auch im Englischen. Ich habe vielleicht drei, vier Mal ins Deutsche geguckt, weil mir irgendwas nicht so richtig klar war. Ich fand es wirklich toll. Und ich werde ja tatsächlich so mein Bullet Journal ein bisschen in das von Ryder Carrolls umverwandeln, weil ich wirklich einiges entdeckt habe, wo ich dachte, ja, da will ich auch mehr so aus mir und meinem Bullet Journal herausholen. Und das möchte ich auf jeden Fall auch anwenden. Und da freue ich mich auch schon drauf, jetzt im Februar da einfach schon mal zu beginnen. Fand es wirklich gut geschrieben. Kann ich absolut empfehlen. Sowohl für Anfänger als auch für Erfahrene, die denken, sie haben schon alles gesehen und gehört. Man muss aber ganz klar sagen, wer hier Vorlagen sucht oder Ideen, wie kann ich eine Monatsübersicht wunderschön erstellen? Nein, also Ryder Carroll ist da überhaupt nicht der Richtige für Erstellungen oder Grafik. Er sagt auch, im Grunde ist das alles Völlefanz, den man nicht braucht. Er sagt aber auch, dass jeder es machen kann, wie er möchte. Und wenn man es eben kreativ mit Kunst nutzen möchte, dann soll man das tun, wenn das eben wieder ein Grund ist, weswegen man dazu greift. Also er findet durchaus auch einen Grund, warum es eben schön sein kann, dass man es verschönert. Kann ich absolut empfehlen. Fand ich wirklich sehr gelungen. Und auch das Englische wirklich sehr, sehr gut lesbar. Und dann habe ich auch ein Achtsamkeitsbuch bekommen, Entdecke dich. Das ist ein Achtsamkeitsjournal von Elena Brower. Das habe ich hier auf der Verlagsseite vom Irisjana Verlag entdeckt und habe es dann da auch angefragt. Finde ich wirklich mega, mega spannend, denn es geht hier um Schreiben, Nachdenken und Träumen. Denn es ist eine Einladung, zu sich selbst zu finden. Und ich habe das, glaube ich, in der Flow entdeckt, wie es so oft ist. Und ich fand auch einfach, dass es die Bilder, die ich so ein bisschen da drin gesehen habe, wirklich spannend fand. Und ich bin einfach sehr gespannt, was dieses Buch so ein bisschen mit mir macht. Ich habe mir das ja für 19 auch so ein bisschen vorgenommen, so wirklich das von mir Gedachte und Gefühlte und Innere sozusagen auch nach außen zu bringen. Nicht nur das theoretische Wissen zu wissen, sondern es im Grunde auch für mich zu nutzen, nach außen sozusagen. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch, bin sehr, sehr gespannt. Und ja, ich weiß noch nicht so direkt, wann man es am besten einfach mal anfängt. Ob man einfach mal loslegt und startet oder ob man sich da vielleicht wirklich mal so ganz bewusst ein ganzes Stückchen Zeit nimmt. Aber ihr werdet es auf jeden Fall in der Bücherwoche und vielleicht auch auf Instagram nochmal sehen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann habe ich von einer Arbeitskollegin ein Buch geschenkt bekommen. Das war ihrem Mann zu blutig und zu brutal. Und dann hat sie gemeint, du guckst doch auch The Walking Dead. Ja, da ist das bestimmt für dich. Ach, und sie hat auch noch gesagt, Stephen King liest du ja auch. Wo ich dachte, oh, der Autor ist aber schon eine andere Nummer. Ja, es ist mein erster Chris Carter, I am Dead, der Todmacher. Ich habe auch schon bei Paddy nachgefragt, die ja ein absoluter Chris Carter Fan ist, ob man das einzeln lesen kann oder ob ich jetzt mitten in der Reihe platze. Und nein, das ist wohl ein einzelnes Buch von Chris Carter. Und ich habe so ein bisschen Angst und Respekt davor, wenn das dem Mann meiner Arbeitskollegin zu brutal ist. Dann nehme ich, okay, ja, nichtsdestotrotz werde ich dazu greifen. Es interessiert mich auch vom Klappentext. Und ja, ich bin einfach neugierig. Ich muss auch sagen, ich habe mich gar nicht weiter damit beschäftigt. Und ja, ich bin einfach jetzt gespannt, ob es so, ich sage jetzt mal so vom Gefühl, so etwas wie bei Blake ist, dass man an mancher Stelle zu viel sagt, oh, das ist zu viel. Aber ich schaffe es noch oder ob ich auch irgendwann denke, oh, das geht so gefühlt gar nicht. Und ja, ich meine, so war es ja manchmal bei The Walking Dead auch. Wobei Stephen King, muss man ganz klar sagen, ist, glaube ich, im falschen Vergleich, da ist es ja sehr selten eigentlich zu blutig. Ich überlege gerade, was ich hier sage. Aber theoretisch ist ja bei Stephen King nicht so dieser körperliche Horror oder dieses körperliche Ekeln so vorhanden. Es ist ja doch eher so dieser unterschwellige Horror, der halt in eine andere Richtung geht. Aber ich bin sehr gespannt und freue mich hier auf jeden Fall auf dieses Buch. Dann nach meiner Begeisterung von Troja habe ich mir das Lied des Achill geholt von Madeline Miller. Ein Buch, das sehr gute Rezensionen hat, das eben auch um Achilles geht. Ich weiß gar nicht, ob sie sich auch sehr an der IA inspiriert, aber ich habe mir zwei, drei Rezensionen angesehen. Ich habe auch auf BookTube geguckt und auch da haben sehr viele, ich glaube, so vor zwei Jahren davon geschwärmt. Und das habe ich mir dann auch einfach von einem Thalia-Gutschein als E-Book geholt. Bin ich sehr neugierig. Es war eben einfach so diese Euphorie nach Troja, jetzt eben auch mal wieder was davon zu lesen. Und auch das Buch, denke ich, wird nicht sehr lange auf meinem Sub sein. Habe ich von einer Freundin, ja, auch zum Geburtstag zwei Bücher geschenkt bekommen, wo ich ja auch dachte, okay, was möchte man mir damit immer so sagen. Einmal von Simone Meier. Früher war alles leichter. Ich zum Beispiel, ja, so ist es, ohne Botox und Bauch einziehen entspannt in die zweite Lebenshälfte. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, ob das tatsächlich meine zweite Lebenshälfte ist. Rein rechnerisch, würde ich ja sagen, habe ich gerade ein Drittel geschafft. Also ich bin 36 geworden, deswegen ist, glaube ich, die zweite Lebenshälfte schon noch ein bisschen was anderes. Ich hätte jetzt so die zweite Lebenshälfte, ich weiß nicht, vielleicht bei 50 eingeschätzt oder Ende 40. Aber gut, meine Freundin hat wohl jetzt, sie fand es super lustig und ist ähnlich alt wie ich. Also von daher denke ich, kann ich mich da einfach drauf verlassen, wenn es ihr gefallen hat. Und es auch irgendwie meinen Humor trifft, dann sollte es, denke ich, auch lustig sein. Hier heißt es halt auch so schön, ich weiß heute, wer ich bin. Ich renne seltener den falschen Zielen hinterher, den falschen Freundinnen, den falschen Männern. Und es geht halt um die furchtbar schönen Illusionen des Älterwerdens. Und ja, ich bin mega, mega gespannt, ob es mich unterhalten kann und freue mich auf jeden Fall aufs Lesen. Ja, und das zweite Buch von meiner Freundin ist dann von Alexandra Reinwart. Um Arsch vorbei geht auch ein Weg, wie man den Sinn des Lebens findet, indem man aufhört, danach zu suchen. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass sie dieses Buch für mich ausgewählt hat, denn wir unterhalten uns tatsächlich darüber des Öfteren, nicht unbedingt über den Sinn des Lebens, aber ja, wie es so ein bisschen, ja, mit dieser Reise im Leben, was es damit so auf sich hat. Und es ist wohl eine überfällige Neuausgabe von das Sinn des Lebens Projekt. Ich kenne dieses Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Ich kenne ich irgendwie. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Bücher zu diesem Überthema. Ich selbst habe aber noch nichts gelesen. Aber ich hätte wohl covertechnisch auch dazu gegriffen. Gefällt mir wirklich von der Aufmachung sehr, sehr gut. Und bin ich auch sehr neugierig, was darin steckt. Ist jetzt ja auch kein so dickes Buch. Und ich denke, wenn das ein bisschen unterhaltsam ist, dann kann das auf jeden Fall auch Spaß machen. Und hier heißt es, jeder kennt die Momente im Leben, wenn man sich fragt, ist das wirklich alles? Müsste es da nicht noch etwas anderes geben? Oder geht es jetzt einfach immer nur so weiter, bis man in die Grube fällt? Und ja, dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Ich glaube, diese Fragen stellen wir uns alle mal. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es da so ein bisschen auf sich hat. Das hat, glaube ich, meine Freundin auch noch nicht selbst gelesen. Von daher bin ich einfach sehr gespannt, wie ich das finde. Dann ist der zweite Teil von Der Rat der Neuen von Veronica Ross bei mir eingezogen. Gegen das Schicksal. Hier habe ich ja den ersten Teil auch nochmal gehört. Also ich habe vor zwei Jahren den ersten Teil gelesen. Jetzt habe ich ihn nochmal gerereadet, einfach um wirklich so der Reihe, ja, auch einfach so, ja, wieder drin zu sein. Es ist ja eine sehr komplexe Science-Fiction, High-Fantasy-Story mit dystopischem Anteil, mit vielen merkwürdigen Namen und Orten und Charakteren, die doch sehr speziell sind, sehr tiefgründig sind, sehr anders sind, sehr eine Entwicklung auch einfach mitmachen, und die ich wirklich sehr spannend fand und ich freue mich wirklich sehr jetzt auf den zweiten und wohl auch abschließenden Teil dieser Reihe. Es ist wohl nur eine Dialogie und das ist jetzt im Grunde dann auch der Abschluss. Ich habe mich ja auch fürs Hören entschieden, weil ich auch einfach den ersten Teil beim Jetzt nochmal Hören so dachte, das ist wirklich, ja, wieder so eine Geschichte, die gut funktioniert für mich zum Hören und, ja, mir auch einfach Spaß gemacht hat. Es gibt ja Geschichten, die funktionieren zum Hören ja zum Beispiel auch besser. Hier fand ich es wirklich sehr angenehm. Ich konnte dem sehr gut folgen. Es ist auch von der Erzählung so ein bisschen in diese Richtung von Elias und Laia, was mich ja auch sehr gepackt hat, und ich finde, dass Dystopien eben auch sehr gut gehen. Was natürlich beim Hören ein bisschen schwieriger war, ist, ja, schon so ein bisschen diese ganzen Namen sich vor Augen zu halten und da nicht zu schnell irgendwie zu durcheinander kommen. Zudem spricht das Hörbuch manche Namen anders aus, wie ich sie in Erinnerung habe, also wie ich sie mal im Kopf beim Hören anders ausgesprochen habe. Das war anfangs ein bisschen verwirrend, aber ich denke jetzt beim zweiten Teil sollte das kein Problem sein. Und ich fand wirklich hier den Auftakt sehr, sehr gelungen. Es braucht, ja, so 100, 150 Seiten, gefühlt auch wirklich zwei Stunden vom Hörbuch, bis man drin ist. Ich finde aber dann nach wie vor, das habe ich auch vor zwei Jahren so gesehen, wenn man denn dann drin ist, dann fesselt es einen. Also man kann da nicht mehr aufhören. Und so war es, glaube ich, damals auch beim Hören und so ist es jetzt diesmal beim Lesen und so ist es diesmal auch beim Hören gewesen. Wirklich großartig. Veronika Roth hat Wahnsinnsideen. Sie packt auch alle ihre Ideen irgendwie da rein. Das ist fast zu viel des Guten, aber mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich bei Thalia und habe mir ein Mängelexemplar gekauft und ein Buch als Neuzugang, also als neues Buch. Und zwar fangen wir mit dem neuen Buch an, inspiriert vom Weltwach-Podcast Laufen, Essen, Schlafen von Christine Türmer. Ich bin ja ein absoluter Fan dieses Podcasts von Eric Lorenz, der ja Reisende, Abenteurer, ja Menschen, die einfach auf sehr speziellen Wegen auf der Welt unterwegs sind, interviewt. Und ja, Christine Türmer gehört da dazu, denn es ist, glaube ich, die Frau, die am meisten auf der Welt gewandert ist, wenn ich das richtig zusammenbekomme. Und ich fand sie in den zwei Podcasts, wo ich es jetzt gehört habe, so sympathisch, so erfinderisch, erzählerisch. Und ich finde das einfach Hammer. Also was sie läuft, wie sie läuft, was sie dabei empfindet, warum sie das macht, wie sie das macht. Also sie wiegt wirklich zum Beispiel auch ihre Gepäckstücke so ab, dass sie genau weiß, wie viel Kilo hat sie in ihrem Rucksack, dass es nicht zu viel ist zum Tragen, was sie für einen Ordnungsfanatiker tatsächlich ist, dass sie ja keinen Wohnort mehr in Deutschland zum Beispiel hat, sondern wirklich nur noch auf der Welt unterwegs ist, dass alles irgendwo untergebracht ist und wie sie das handhabt. Und ich bin es mega gespannt, das so möglichst detailreich von ihr dann auch in diesem Buch einfach zu lesen. Wie gesagt, ich fand den Podcast schon mega spannend. Und ich folge Christine Türmer jetzt auch auf Instagram, sie also gerade auch so ein bisschen, wo sie ist und was sie da tut. Und finde das wirklich mega, mega spannend und freue mich darauf, das zu lesen. Und dann, ich glaube es war ein Menge Exemplar, ja, ich glaube schon, würde auch so ein bisschen erklären, dass es hier eben so eine Rille hat, habe ich mir das Haus der vergessenen Bücher mitgenommen, Christopher Morley. Und zwar habe ich das schon ein ganzes Stückchen auf der Wunschliste. Und als ich das so an diesem Tisch gesehen habe, dachte ich, da greife ich einfach mal zu. Denn es ist eine Liebeserklärung an die Welt der Bücher. Denn wir sind hier in der wohl bezauberndsten Buchhandlung in New York. Das Buch spielt 1919. Und wir sind hier im Antiquariat. Und es spuken hier nicht nur die Geister der Weltliteratur durch die Gänge. Und es gibt auch einen treuen Hund, der Bock heißt. Und ja, wir haben hier eben, ja, den Antiquariatshändler Roger. Und hier zwischen vergessenen Schätzen und dichten Tabakschwaden verlieben sich zwei junge Menschen ineinander. Verschwindet ein Buch und nimmt ein Spionagefall seinen Lauf. Und ja, Bücher und wenn es Geschichten gibt oder Bücher gibt, die um Bücher spielen, das finde ich immer mega spannend. Und ja, das hat mich angesprochen und hat, glaube ich, 3,99 oder sowas gekostet. Ich habe den Zettel jetzt schon wieder runter. Aber an dem Buch fehlt nichts, außer, dass es ein bisschen einen runden, ja, schiefgelegenen Rücken hat. Und das stört mich ja persönlich nicht. Und ja, da habe ich auf jeden Fall ein Schnäppchen gemacht. Dann ist das neue Hörspiel von Ivar Leon Menger bei mir eingezogen. Und zwar Ghostbox, der Tod ist nicht das Ende. Von dem Autoren ist ja auch Monster 1983 ein Hörspiel, das ich 2017 geliebt habe, gesuchtet habe, großartig fand. Und auch wirklich mir so das Hörspiel wieder näher gebracht hat. Und auch hier haben wir, ja, eine Geschichte, wo es eben, ja, darum geht, dass wir eben eine Geisterbox haben. Und die eben, ja, nicht einfach nur den Geist oder das Gehirn der Menschen sozusagen, ja, übernimmt in eine künstliche Intelligenzumwandel, wie wir es ja zum Beispiel auch bei Ich bin viele kennen, sondern tatsächlich den Geist des Menschen. Und ja, es klingt unglaublich spannend und packend und auch atmosphärisch waren die ersten zwei Stunden, die ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gehört habe, wirklich wieder ganz, ganz toll. Wir haben sehr viele deutsche Synchronstimmen und auch bekannte Hörbuchsprecher, die die Geschichte erzählen. Selbst Sebastian Fitzek hat einen kleinen Auftritt, den man aber wirklich ganz toll erkennt und sich so denkt, Na, ja, Fitzek. Also ich freue mich da. Ich kann mir vorstellen, dass es nach anderen nicht tut. Viele liebe Grüße, Thorsten. Aber ja, ich bin wieder sehr angetan von diesem Hörspiel und es war jetzt wirklich schon unglaublich fesselnd und atmosphärisch. Und das ist, ja, der Gegensatz zu einem Hörbuch ist ja, dass das Hörbuch wirklich das Buch vorliest, mit allen Dingen, die der Autor geschrieben hat, während ja ein Hörspiel einfach nur die Dialoge im Grunde erzählt oder was eben einer auch irgendwo, also denkt, ist das falsche Wort. Aber wenn ich mit mir selbst spreche, dann würde das das Hörspiel auch mitnehmen. Und es hat natürlich auch Hintergrundmusik und Geräusche, als man hört, dass man auf einer Straße ist oder an einem Bahnhof oder ähnlichem. Und ja, finde ich wirklich toll. Ja, gefällt mir unglaublich gut. Und ja, das letzte Buch des Monats erscheint theoretisch jetzt erst am 1. Februar. Allerdings ist es bei mir eben, ja, Ende Januar eingezogen, beziehungsweise als Testleser habe ich schon Anfang Januar gelesen. Und zwar Sehnsucht nach Sommer von Jackie Fellgut. Wer jetzt also sagt, oh, ein neuer Fellgut, der kann sich freuen, denn das Büchlein erscheint jetzt am 1. Februar, also am Freitag. Und da könnt ihr euch dann auch alle darüber freuen, denn wir haben hier wieder eine Lebensliebesgeschichte, wie wir es einfach von Jackie kennen mit Wendungen, ja, die man nicht unbedingt vorher sieht. Und ja, so diesem Gefühl Sehnsucht nach Sommer, da spricht mir Jackie ja absolut aus dem Herzen. Und wir haben hier eben auch Lucy, eine Protagonistin, ja, die im Grunde auch einfach den Sommer mag, die Freiheit mag, ihr Motorrad mag und immer irgendwie denkt, ja, da ist noch mehr, da kommt noch was. Und ja, dann im Grunde flüchtet in die Großstadt nach New York City, einen Anruf von ihrer besten Freundin bekommt, dass sie unterstützen muss bei der Hotelrenovierung, um das Hotel zu retten. Und dann natürlich nicht nur auf alte Bekannte trifft, sondern eben auch auf ihren Exfreunden, die sie wegen einem Geheimnis verlassen hatte, was sie irgendwie nicht so richtig losgelassen hat und ihn auch nicht. Und dann ist natürlich klar, dass es, ja, so diese Irrungen und Wirrungen des Lebens im Grunde geben wird. Und wieder sprachlich in einem ganz, ganz tollen Stil. Ich finde, Jackie Fellgut kann solche Geschichten einfach unglaublich gut schreiben. Und ich habe mich sehr gefreut, hier auch Test lesen zu dürfen im Januar und hatte da auch großen Spaß an der Zusammenarbeit, wenn man so nennen kann, mit der lieben Jackie, weil wir da wirklich uns ganz, ganz toll austauschen können, sehr offen und direkt sein können. Und dann auch gegenseitig einfach so ein bisschen diese Nachfragen stellen. Und ja, hat mir gut gefallen. Ihr müsst euch auch nicht mehr lange gedulden. Dann kommt das Buch. Und ja, in der Bücherwoche jetzt am Samstag werde ich dann auch mehr zum Buch erzählen. Aber freut euch schon mal drauf. So, das waren sie jetzt, die 16 Bücher des Januars. Alles in allem, so gefühlt doch relativ viel, auch schon gelesen, was ich natürlich wirklich schön finde, was mich freut. Und ja, auf die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, freue ich mich natürlich auch. Sonst, ja, werden sie ja nicht bei mir eingezogen. Gut, bei geschenkten Büchern kann man manchmal nicht anders, aber auch auf die bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Und natürlich auch immer mit der Überlegung, was haben sich Menschen so ein bisschen dabei gedacht, die einen das schenken. So, das war es jetzt aber von mir. Vielleicht kennt ihr ja eins meiner Neuzugänge und wollt da auch ein bisschen was zu erzählen. Lasst uns da gerne in den Kommentaren Ausschau machen oder welches Buch vielleicht auch bei euch schon eingezogen ist, noch auf dem Sub liegt oder ob ihr das schon gelesen habt. Und ja, wie ihr auch so zu geschenkten Büchern steht. Lasst das gerne mal in den Kommentaren. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Schaut da einfach mal rein. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.